Liebes Publikum, liebe Freunde der Jeunesse, das vergangene Jahr hat viele Kulturinstitutionen vor große Herausforderungen gestellt und auch deutliche Spuren hinterlassen. Umso mehr freue ich mich als Obmann der Jeunesse hier zu sein und Ihnen das Programm zu präsentieren. Gemeinsam mit unserem österreichweiten Team haben wir ein gewohnt vielseitiges Programm zusammengestellt, das aber auch einige Überraschungen bereithält. Wir freuen uns sehr, Katharina Hörmann, die junge österreichische Obuistin, und das Duo Aliada mit Michael Knott am Saxophon und Bogdan Laketic am Akkordeon in der kommenden Saison wieder bei der Jeunesse willkommen zu heißen. Diese werden als Featured Artist bzw. Featured Ensemble sowohl in Kinderformaten zu hören sein als auch in Kammermusikkonzerten und im Kontext in einem Orchesterkonzert in ganz Österreich. Zusätzlich wird zum ersten Mal ein Featured Artist Abo aufgelegt werden. In der kommenden Saison erwarten Sie 34 Zyklen in der gewohnten Vielfalt von klassischer Musik über Weltmusik, Jazz bis hin zu unseren beliebten Kinderformaten. Bei der Erweiterung unserer Genres Richtung Popmusik ergehen wir neue Wege. Zum einen mit dem Tandem Songwriter Festival, kuratiert von Julian Le Play, das an zwei Wochenenden im Winter und im Frühjahr stattfinden wird, und zum anderen mit dem Urban Fusion Zyklus. Im Urban Fusion Zyklus treffen Sie auf die jüngste Generation kreativer Bands, die fern von allfälligen Schubladen denken, kreative neue Musikprojekte entwickeln. Stilistisch angesiedelt bei Jazz, Hip-Hop, R'n'B, Salsa oder Indie-Dance. Das gewohnt vielseitige Konzertprogramm hält neben den etablierten Zyklen der Wiener Philharmoniker oder Wiener Symphoniker einige Überraschungen bereit, wie zum Beispiel in den neu aufgelegten Zyklen Musik tanzt und Meistersolistinnen, sowie den neu aufgelegten Zyklen Amerika, Composing Europe und Fremde Welten. Oder mit Klassikstars wie Joanna Malwitz, der Dirigentin des Jahres 2019, Kirill Petrenko, Franz Welser-Möst, Multi-Percussionist Martin Grubinger und dem BBC New Generation Artist Timothy Ridu. Neben den heimischen Spitzenorchestern freuen wir uns auf Gastspiele des Orquestra della Svizzera Italiana, dem Luzern-Sinfonieorchester und auch Jugendorchestern wie dem kolumbianischen Jugendorchester, das schon vor zwei Jahren unser Publikum begeistert hat. Gerade in der kommenden Saison legen wir einen besonderen Fokus auf unsere Jugend. Entdecken Sie in den kostenlosen Start-up-Vorkonzerten Künstlerinnen und Künstler der übernächsten Generation. Und für unser junges Publikum bis 26 haben wir in der kommenden Saison ein ganz besonderes Special vorbereitet. Für euch gibt es jedes Abo zu einer unschlagbaren Flatrate. Wir haben die lange Konzertpause für die Weiterentwicklung der musikalischen Sprache für Kinder und Jugendliche genutzt. Die Ergebnisse dieser Masterclasses können Sie schon in der kommenden Saison in unseren Kinderzyklen das klingende Wohnzimmer und Triolino erleben. Darüber hinaus finden Sie natürlich auch kommende Saison wieder unser umfangreiches Angebot für Kinder ab einem Jahr mit dem Zyklus Cinello über Concertino, Piccolo bis hin zu unserem Angebot für Jugendliche, Music for You. Wir wünschen Ihnen, liebes Publikum, viel Freude bei der Auswahl Ihrer Abos und freuen uns schon sehr, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bis bald! Billt Billt Vielen Dank.